Ja, der kann auch zerstört werden! Du hättest uns fast unseren sicheren Sieg gekostet! Er hätte mich getötet und du wärst von ihm weggetötet worden! Heilige Scheiße! Was ist das denn? Schnapp ihn dir! No! Mit meinem Charakter kann ich nicht sterben! Wie überlebst du das bitte? Wie überlebst du das bitte? Geil! Ich habe einen Brons, Bro! Der überlebt alle Kacke! Was ist das? Muss ich was sein? Schmeichen! Was? Schmeichen! 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 Ja! Oh, zerhackstücke meinen Charakter doch nicht, du F***. Ich war da doch nicht. Nein, ich weiß es, du warst es nicht. Das war der Dicke da oben. Mit der Hummer. Diesmal war ich nicht, weil die sagen... Nicht die Dorfbewohner töten, die können uns helfen. Warte, die Dorfbewohner. Die hier jetzt gerade als Seldner rumlaufen. Bambo-Style. Schnapp ihn dir! Schnappabbel ihn dir! Prodator! 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 Okay. Mit den Bomben kann man eigentlich auch ganz gut spielen. Oh mein Gott! Apropos mit diesen Bomben. Da wäre fast gewesen, Robbe. Ach was, war alles geplant? Nein, nein, nein. Oh, da ist ein Seldner. Ahhh... Ich bin's. Ach so, der ist kaputt. Ich bin der Kräuter. Ich bin der Kräuter. Aufthold? Oh. Huh. Mannschaft. Das war denn meine schon? Ja, ich weiß. Das war's auch nicht. Ey, René, wenn du einen verlierst von deinen Leuten, dann musst du erst recht angreifen. Okay. Dann gehen die in so einen Rage-Modus, sind unverwundbar und schießen schneller. Ja, das ist in dem Film genauso. Blutgefahrt Gottes. Ja, hast du den noch nicht gesehen? Ernsthaft, dann solltest du den mal angucken. Ja, den hab ich bisher noch nicht gesehen, glaube ich. Das sind, glaube ich, zwei oder drei Filme, meine ich. Was denn? Ist das so ein Trash-Film oder was? Ich weiß nicht, das ist schwer zu sagen. Die ganze Welt nur noch mal auf. Was denn? Was denn? Du bist hier. Was denn? Du siehst du mich beim Video? Nee, 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 nee Nee, 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 nee So, und das ist mir hier Check, check, check Nein! Nein, Bro, nein! Nein! Ich bin tot, das checkt man Sauber Barat Hol'n dir Keh, 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 oh ne, nicht die Tuse Ich weiß schon, warum du den nehmen solltest Ah, Arschkeks Nein, nein, ich hab nicht gesehen, dass ich da war, naah Ich hasse dich zu Todeskreise Ich hasse dich zu Todeskreise Wow, das war, das war blutig und gemein, Robin so ist das Wo es sein sollte Wo es sein sollte Hier, sauber Nö, 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 nö Oh! Das hasse ich immer, wenn die da stehen und die geben dir einen Schuss, wenn du gerade hoch kommst Da könnte ich glatzen! Pass auf, Junge! Hammer's! Hammer's! Nein! Wenigst können wir beim Checkpoint starten. Oh, ich bin's! Ich bin zurück! Wenn du, äh, die Falsche gedrückt hältst, hochspringst und dann gedrückt hältst. Wie geil ist das denn? Ja, das ist, das ist geil. Du gehst auch noch, wenn du da nach oben bist. Toi, Bro! Du, Bro! Gaaaaaah! Eheheh! 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 Ah, das ist so geil! Ich freue mich gleich schon mal bei Siege zu spielen. Ja, da kann man sich mal ordentlich kreativ austoben, muss man immer sagen. Ja, das ist... Nein! Alter. Wer war das denn? Nein! Nein! Nein, Bro! Du bist doch doch gestört. Oh doch, Bro. So, bist du wieder da. Ich sollte mal ganz da gucken, wie ein Charakter ich eigentlich bin. Boah, Schläbel, Flambe. Können wir eigentlich beim nächsten Mal an der Hinterstelle weiterspielen, geht das? Äh, nehme ich mal an. Also, so normal müssten wir, wenn wir das nächste Mal spielen, auch hier starten können. Wer ist das denn? Äh, Endgegner. Äh, du solltest die vielleicht mal hier... oder ich schreibe mich gerade. Jo. So. Benedia ist ein bisschen tricky. Wuuu. Dem müssen wir nämlich den Boden unter den Beinen weghauen. Ansonsten haben wir keine Chance gegenüber. Weil der sich immer wieder selber wiederbelebt. Ja, der springt ja schon selber fast den Boden, das ist weg. Ja, das ist auch gut so. Wir müssen den Piss nach ganz unten. Müssen wir den Boden unter seinen Füßen verlichten. Wollen wir ihn... So, mal gar nicht hier... Da. Wo ist er? Na komm runter du Wenn den hier runter kriegst, dann haben wir Kriegst du runter Ne, der steht auf der Eisenplattform vom Checkpoint Da kann man nicht runterfallen, die kann es auch nicht zerstören Warum springt der immer so doof hoch Ah scheiße Oh Gott Machst du aber gerade echt gut Schaden Okay Okay, sober Machen wir noch eins Mach mal die hier noch und dann haben wir Ah, nicht ganz Ja, also ich meine für heute Ja, okay So, Bro Noch diese eine Mission Legen wir es gleich Bro Ja, Bro Ich würde gerne auch in den Aufzug Nein Nein, Bro Nein Das hast du weltartig gemacht Wie war es Woraus schießt diese Frau eigentlich? Aus den Beinen Die hat in Beinen eine Pistole Ah, dann ist das... Ah, dann kenn ich die Ja, wie heißt sie? Die, die, die... Ach Gott, wie heißt sie denn? Planet Terror Frau Wie ist sie? Mir fällt der... Mir fällt der Name nicht mehr ein von dem Trash-Film, den ihr mitgespielt habt Planet Terror, so heißt der Film Nein Doch, das ist Planet Terror Nein, der Film heißt noch anders Der heißt ja irgendwie so, so... Irgendwie wie so ein... Willow Film Der Film heißt Planet Terror Oh, Scheiß Die sitzt am Ende von... Die sitzt am Ende... Auf so einem Motorrad drauf Und äh... Schießt dann aus ihrem Bein dann Leute kaputt Alter, rette mich! Da unten ist doch noch ein Bro-Läden! Ich bin doch doch dabei! Ja, von wegen! Du redest weg! Ja, also... Achso, da war ja noch einer Ja Da 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 Das ist... Wuhuuu! Neb ich noch? Ende ist ohne mich! Hahahaha 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 Ja, nicht schlecht Das wird... Hahahaha 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 Me, me, me! Ah, ah, ah! Ich weiß nicht was ich tue! Ich hab keine Kontrolle über meinen Handel! Ich bin gern, ach so, da kann man ja drunter. Ach, drumherr ist ein Sperre. Ja! Indiana Jones! No! Verdammt, nein! Also Indiana Jones gerade dürfst du nicht in diese Sperre fallen. Das ist eigentlich so ein ungeschriebenes Gesetz. Danke für die Hilfe! Ach stimmt, wir müssen hier hinten weiter runter, glaube ich. Was? Wir müssen da hinten weiter runter, meine ich. Hast du jetzt noch nach unten? Das ist ein Level, da müssen wir ganz weit runter, glaube ich. Was? War da oben nicht noch ein Charakter? Achtung! Ich glaube nicht! Ich hab wenigstens vorhin erst mal angekloppt. Was? Ich? Nette mich, Bro! Diese Handgranaten hören mir nichts aus, mal Bro! Lass dir Zeit! Was? 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 Ich hab keine Ahnung, ich will mit aufzunehmen, verpiss mich! Aaaaaah! Aaaaaah! Ach so! Echt und tot! Wie kann das sein? Weiß ich auch nicht! Na! Woah! Woah! Hahahaha! Oh fuck! Überall Minen, alles explodiert! Ja! Rette mich! Mit meinen Kollegen! Mit meinen Kollegen! Ja! Ja! Blauen Level! Sauber! Na 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 na! Ach so! Ja, hier kommt jetzt ein Boss! Glaube ich! Ja, doch! Hier müssen wir jetzt ganz schnell nach oben gehen! Okay! Soll doch nie alles gesperrt sein! Sag das mal nichts! Du kennst Bro vor was! Aaaaaah! Aaaaaah! Mach ohne mich weiter! Yeah! Oh Mann, das geht doch! Hahaha! Jetzt! Los Bro! Ja! Jetzt müssen wir die silbernen Fässer anschießen, damit die im richtigen Zeitpunkt hochfliegen und den Helikopter erwischen! Okay! Okay! Weißt du? Okay! Weil die ja nach oben fliegen! Wer macht denn... Lobo passiert nur wenn du triffst! Ja! Noch einen! Komm schon! Oh fuck! Alter! Hahaha! Das hier wird jetzt schwer! Das wird jetzt richtig schön schwer! Oh scheiße! So gut können wir hier mit den Spider-Man! Wie zum Teufel! Hä? Wie? 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 Aber alles ist besser als Bruce Nuthen hier im Level! Also der ist echt scheiße mit der Waffe! Der sprengt sich hier selber von dem Lecher! Auch nicht so von Vorteil! Ah! Lauf doch! Bro! Das ist halt nachher springen! Hahaha! Nein! Ich bin tot! Nee! Du schaffst das! Ich... Mache, Bro! Nee! 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 Du schaffst das! Ja! Wir haben gewonnen! Wir haben gewonnen! Wir haben gewonnen! Wir haben's geschafft! Bist du jetzt stolz auf mich, Mama? Hehehehe! 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 Schön! Dann müssen wir uns merken, dass wir bei dem Gebiet das nächste Mal weitermachen! Bei Gebiet 4! Okay! Nordwest-Vietnam! Das merken wir uns! Und dann machen wir beim nächsten Mal weiter! Ja! Vielen Dank, dass du mitgespielt hast! Und... Ja! Ja! Dann bist du nächstes Mal! Oh, ich will Möwen schneller! Hehehehe! Das geht? Ja! Siehst du noch? Was zum... Warum... Warum... Wer programmiert denn sowas? Kannst du mir doch was sagen? Oh, die haben hier ein Spiel mit tausenden Bros gemacht! Wieso nicht? Was fick dich, Möwe? Ja! Hehehehe! Wie umf, dein armes Plankton! Wie umf, dein armes Plankton! Hatte neben mir! Ja! Ich habe das viele Sch aplати Vielen Dank.